Was ich heute machen würde, wenn ich von vorne starte, also bei 0 Euro Umsatz, in diesem Video bekommst du einen kompletten Breakdown von 0 Euro Umsatz auf ein Unternehmen, was eine Million Umsatz macht, alles in dieses Video gepackt. Kurz zu mir, ich war selbst 6 Jahre lang UX Freelance Designer und habe mich dort mit einer 35 Stunden Woche habe ich 150.000 Euro Umsatz gemacht, hatte dann zeitweise eine Agentur, unsere Projekte sind hier noch auf Behance Online, wir haben UX-Projekte gemacht, ganz viele Sachen gemacht, Websites gemacht, KPI-Dashbots gemacht und, und, und. Das heißt, ich hatte eine Agentur, ich bin den Weg gegangen und 2020 habe ich die Fine & Freelancing gegründet und wir durften mittlerweile über 900 Freelancer und Agenturinhaber begleiten und haben im Zuge dessen selbst mehrere Millionen Umsatz gemacht, haben selber einige Agenturen, die wir von 10K im Monat auf 150K im Monat begleitet haben, also habe ich eine sehr tiefe Sicht auf diese Dinge, die ich jetzt hier runtergebrochen habe. Was bekommst du in diesem Video? Ich zeige dir meine Strategie, wie ich heute starten würde, wenn ich bei 0 starten müsste. Ich gehe davon aus, dass ich mein Wissen habe, aber nicht mein Netzwerk, meine Personal Brand, wie gesagt, die Leute, die ich kenne, all diese Dinge, ich habe nur mein Wissen. Warum? Ich will dir etwas mitgeben, was du mimiken kannst. Ich kann dir mein Wissen mitteilen, aber nicht unbedingt mein komplettes Netzwerk und die Connections, die ich habe und die Personal Brand und das Vertrauen, das ich genieße von der Zielgruppe. Wie läuft das ab? Ich habe es hier in drei Steps unterteilt. Ich werde diese Steps nach und nach, werde ich die Schwertung rausnehmen und bei jedem Step beleuchte ich, jeden Step beleuchte ich durch folgende Aspekte. Einmal den Engpass, die Lösung zu diesem Engpass, die Herausforderungen, die dieser Step mit sich bringt und die Vor- und Nachteile des jeweiligen Steps. Ich hoffe, das ergibt Sinn für dich. Let's go! Step Nummer 1 ist der Experte, die Expertin. In der Regel macht man in dieser Höhe, und das ist, wie gesagt, meine Erfahrung aus über 900 Kunden, die wir beraten durften, macht man 0 bis 20k im Monat. Natürlich gibt es Outlier, die dann 30, 35k, aber das ist wirklich, also die Bell-Curve würde, der Großteil ist dann so bei 10, 15, 20k. Was ist der Engpass hier, um auf diese Flughöhe zu kommen? Das ist der erste Step. Ich würde erstmal gucken, dass ich an erste Kunden komme. Das heißt, der Engpass ist erste Kunden gewinnen. Das ist die Schwierigkeit in dieser Phase. Und hier hilft es, ich weiß, über Social Media kann man Kunden gewinnen, über Webinare kann man Kunden gewinnen. Aber wenn ich jetzt starten würde, würde ich mit der Lead-Pyramide anfangen. Was ist die Lead-Pyramide? Ich zeige dir das mal schnell auf hier. Ich zeichne dir das mal hier ein. Das ist ein Konzept, das ich entwickelt habe in einem unserer Beratungsprogramme. Und zwar, wenn das hier ist, die Leads oder Interessenten für deine Dienstleistungen sind wie eine Pyramide aufgebaut. Und wenn ich die jetzt ganz grob hier unterteile in drei Steps und hier so gehe, das ist hier unten kalt, kalt und hier oben habe ich warm. Warm ist die Chance, dass jemand, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit dir zusammenarbeitet. Also hier unten ist kalt, hier habe ich kalte Leute, hier habe ich lauwarme Leute und hier oben habe ich warme Leute. Das ist wie eine Batterie, die du auflädst. Und die hier, du hast immer so ein bis drei Prozent deiner Leute, die in deiner Pyramide sind, die dich kennen, die bereit wären, bereit wären zu kaufen. Wenn du sagst, Maron, du startest doch bei Null, du hast keinen. Da halt, ich würde direkt auf diese obere Spitze der Pyramide eingehen, weil du hast Leute. Was sind diese, das ist jetzt sehr, sehr schnell erklärt. Du holst Leute über Paid, über Social Media, über Netzwerke in diese Pyramide und dann baust du die auf. Wie baust du die auf? Durch Content kannst du die aufbauen, durch Ads kannst du die aufbauen und entwickelst sie von der Pyramide nach und nach nach oben. Und du kannst direkt, also ich würde direkt, und so war das tatsächlich auch bei mir am Anfang, ich bin an meine Pyramide gegangen. Das heißt, ich habe es damals nicht, das Konzept kannte ich damals nicht. Wie gesagt, jetziges Wissen, das sind ehemalige Arbeitskollegen. Wenn du bei Null startest und jetzt nicht direkt aus der Uni kommst, hast du ehemalige Arbeitskollegen, ein ehemaliges Netzwerk. Warum? Du genießt schon Vertrauen bei diesen Leuten. Die wissen, dass du jemand bist, dem man vertrauen kann. Und dein persönliches Netzwerk. Hey, kennt ihr Leute? Kennst du jemanden? Das heißt, das würde ich anhauen, um Interessenten zu generieren für dein Angebot, wenn du als Experte, Expertin startest. Dann bitte, verwechsel das nicht. Wenn du startest, musst du in Vorleistung gehen. Leute sehen dann ein Video von mir und sagen, ja, ich will jetzt das und das und das und das. Das ist schön und gut, aber derjenige hat die stärkere Verhandlungsposition, dem der Outcome einer Verhandlung egal ist. Und das ist bei dir am Anfang überhaupt nicht der Fall. Warum? Du versprichst dem Kunden etwas und sagst, es kostet 10.000 Euro und der Kunde weiß nicht mal, dass du das erfüllen kannst, ob du das erfüllen kannst. Das heißt, du musst dem Kunden diese Angst nehmen. Und dann kannst du wirklich Angebote machen, die zu gut sind, um wahr zu sein. Wenn du nicht mindestens 5% Conversion-Steigerung erreichst, zahlst du die Hälfte. Oder dann will ich dein Geld erst gar nicht. Wenn dir das Ergebnis nicht gefällt, deine Website, dann nimm sie nicht ab und wir launchen die Website nicht und ich trage das Risiko. Wenn du nach dem Workshop, den wir gemeinsam gemacht haben, lieber Kunde, wenn du nach dem Workshop sagst, ich habe nichts Neues gelernt, das ist überhaupt nicht umgehauen, bekommst du das Geld von deinem Workshop zurück und das Projekt, das wir danach geplant haben, fangen wir erst gar nicht an. Ich weiß, dass du denkst, Maron, wie soll ich eine Selbstständigkeit damit machen? Und das ist ein guter Gedanke, aber in erster Instanz will ich ein, zwei Home Run Case Studies sammeln. Ich will diese Leute, ich will einen Fuß in die Tür bekommen, diese Leute als Kunden gewinnen und so overdeliveren, dass ich eine richtige Home Run Case Study mache. Bei den ersten Kunden geht es nicht unbedingt um das gute Geld verdienen. Es geht darum, eine richtig coole Case Study zu haben. Beispiel, ich habe auch Kundenerfahrung mit uns, dass ich sage, hey, sag den Kunden, hey, regulär kostet diese Landingpage für Employer Branding und damit sich bessere Leute bewerben wollen und kostet das 7.800 Euro. Aber, lieber Kunde, ich will mich mehr spezialisieren darauf und um mich zu spezialisieren, brauche ich Marketing und wenn du, vorausgesetzt du bist, zufrieden mit dem Ergebnis, wenn du zufrieden bist mit dem Ergebnis, würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen, die beantwortest du mir vor der Kamera und statt 7.800 Euro nehme ich 3.900 Euro. So kriegst du 50% off. Wie klingt das für dich? Das meine ich damit. Weil du weißt, das ist der perfekte Kunde, du kannst mit dem Home Run Case Study sammeln und baust das so mit dem auf. Und mit diesen paar Case Studies kannst du dann anfangen, bessere Kunden und bessere Preise abzurufen. Das heißt, so funktioniert das in dieser Stufe. Und du musst dann, wenn du diese ersten Kunden hast, also du hast das am Anfang direkt, also so ein kleines Feuer mit deinem Netzwerk gemacht, das ist natürlich, das funktioniert, wenn man es startet. Warum? Das sind reife Früchte an einem Baum und du hast noch nie an diesem Baum geschüttelt. Das heißt, du kannst einfach posten auf LinkedIn oder je nachdem, auf welcher Plattform du unterwegs bist oder in deinem persönlichen Netzwerk oder auf ein Event gehen, wo du weißt, dass Leute aus deinem Netzwerk unterwegs sind und sagen, übrigens, ich mache mich selbstständig mit dem und dem. Und alleine, wenn sie das schon hören, vertrauen sie dir bereits, sie kennen sich bereits, dann ergeben sich Dinge. Nachdem du den Baum geschüttelt hast und die reifen Früchte abgefallen sind, also die Spitze der Pyramide hier gepflückt wurde, das hier weg ist, brauchst du eine neue Spitze. Und diese neue Spitze brauchst du, da wieder die Pyramide, indem du Leute hier wieder entwickelst von unten nach oben. Von kalt auf warm, wärmer, weil ohne unten gibt es kein oben. Du brauchst immer Nachwuchs, du musst immer ein bisschen gießen, ein bisschen säen, damit du pflücken kannst. Und das machst du am besten, indem du anfängst, in die Sichtbarkeit zu kommen. Das machen so wenige Selbstständige, wirklich. Ich gehe durch LinkedIn und ich sehe immer wieder die gleichen Freelancer und das sind ein paar hundert. Aber der Markt hat tausende, hunderttausende. Im letzten Jahr, 2023, sind 1,5 Millionen freie Berufe in Deutschland gemeldet worden. So wenige machen das. Das heißt, fange an, in die Sichtbarkeit zu kommen. Wie machst du das? Welche Plattform wäre die richtige? Wie würde ich das anstellen? Ich würde gucken, auf welche Kunden will ich mich spezialisieren? Wo halten sich diese Kunden bereits auf? Und mich dort aufhalten, wo sich diese Kunden aufhalten. Und mich auf diesem Medium sichtbar machen. Und was würde ich posten? Ich würde Content posten, der meine Autorität unterstreicht, was du machst. Bei mir wäre das jetzt UX-Design. Habe ich auch damals gemacht, UX-Design-Content gepostet. Zwischendurch habe ich Dinge gemacht, die meiner Personal Brand zugutekommen. Was bin ich für ein Typ? Was sind meine Hobbys? Warum? Dann können wir das besser zuordnen. Wenn du nur UX-Design machst, bist du austauschbar. Jeder andere UX-Designer könnte dich austauschen. Wenn du deine persönliche Note mit reinbringst, hast du einen persönlichen Schlag. Das sind die Dinge, die man braucht. Wenn du die richtig machst, genau das ist der Start. Kannst du auf 20k kommen. Die Herausforderungen hier sind Gier, man will immer mehr, sind Ungeduld. Alle denken von Monat zu Monat. Hier wieder das beste Beispiel. Moran, wenn ich diese Dinge mache, dann verdiene ich doch nichts. Da wieder die Gier. Es ist okay. Wenn du in einem 3-Monats-Horizont denkst, denkst du vielleicht, boah, ich bin gerade so über die Runden gekommen, weil ich so viele, so krasse Angebote gemacht habe. Das ist okay. Aber wenn du in einen 2- oder 3-Jahres-Horizont denkst, hast du einen ganz anderen Hebel. Dann denkst du, warte mal, wenn ich die ersten 3 Monate nur so eine Projekte mache, habe ich im 4. Monat einen richtig hochpreisigen Kunden. Weil ich solche Projekte, weil ich da solche Home-Run-Case-Studies habe, dass die Leute nicht mehr vertrauen. Und Entitlement und Ego. Die Leute sagen, das steht mir doch zu. Nee, also unter x Euro die Stunde, unter so viel für eine Website mache ich nicht. Das ist ja Wucher. Da können die doch direkt auf Fiverr gehen. Nobody owes you. Keiner schuldet dir irgendwas. Du versuchst, deine Selbstständigkeit aufzubauen. Und ich garantiere dir, gerade am Anfang, wenn du in Vorleistung gehst, wenn du die Extra-Meile läufst, wenn du over-deliverst, dann wirst du Erfolge haben. Ich kenne, bei unseren Kunden habe ich einen gemeinsamen Nenner gefunden, bei den erfolgreichsten Freelancern. Und das sind alle, die die Extra-Meile laufen. Ich bekomme somit, dass die Extra-Meile laufen, dass sogar ich sie beauftrage. Sei es eine Webflow-Landing-Page, die ich mir machen lasse. Oder sei es, dass ich dann wirklich mit Kunden von uns, wo ich merke, wie die arbeiten, mit denen arbeite. Die Antworten direkt, hey, ja, kein Problem, das mache ich noch, das mache ich noch. Das ist eine gute Dienstleistung. Was sind die Vorteile in dieser Stufe? Du hast keine Mitarbeiter und keine Mitarbeiter-Themen und kein Mitarbeiter-Drama. Das kommt vielen zugute. Ich war letztens auf einer Konferenz, der Freelance Unlocked, und da habe ich mit so vielen Leuten gesprochen, die sagen, ach, keine Mitarbeiter mehr. Ich kann einfach mein Ding machen und don't get me wrong, 20k im Monat ist ein ziemlich angenehmes Leben. Das sind 240k im Jahr, lass das 20, 30k an Kosten sein. Du verdienst 200k im Jahr, kannst von überall aus arbeiten und du wirst wirklich gut in deiner Craft, in deinem Handwerk. Mit jedem Projekt lernst du dazu. Mit jedem Projekt wirst du besser. Besonders, wenn die gut bezahlt sind, kannst du dir die Zeit nehmen, da richtig reinzugehen. Die Nachteile sind, du verdienst in der Regel nur Geld, wenn du arbeitest. Du tauschst Zeit gegen Geld ein. Und ich weiß, was du jetzt sagst. Maron, wenn du mich kennen solltest von vorher, Maron, du bist doch Mr. 500 Euro pro Stunde als Freelancer und nie wieder Zeit gegen Geld tauschen. Ja, ich habe hier, das hier habe ich auch geschafft, indem ich mich von der Zeit-Geld-Kette gelöst habe. Aber, wenn du genauer reinschaust, ich habe aufgehört, Stunden zu verkaufen. Vorher habe ich gesagt, ich mache UX-Design für 80 Euro pro Stunde oder für 100 Euro pro Stunde. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache 5 AB-Tests für deinen Online-Shop für fix 10 bis 15k, je nachdem, wie groß der Online-Shop ist. Ich habe mich von der Zeit-Geld-Kette gelöst. Trotzdem habe ich meine Zeit für Geld eingetauscht. Das heißt, wenn ich im Urlaub war und ich keine Kunden ausgeführt habe, habe ich kein Geld verdient. Und das meine ich. Sogar meine Dienstleistung war da produktiviert. Trotzdem habe ich Zeit gegen Geld getauscht. Das ist der erste Step. Genau so würde ich das machen. Aus meinem Netzwerk jemanden anhauen. Ein Angebot machen, das so gut ist, dass sie nicht ablehnen können. Richtig krass overdeliveren. Mit diesen Overdelivering-Cases rausgehen. Damit werben. Content darüber machen. Auf dem Medium, auf dem meine zukünftigen Kunden sind. Und dann neue Kunden über diese Medien gewinnen. Und dann das ausbauen. Das ist der erste Step. So. Kommen wir zum zweiten Step. Was kommt beim zweiten Step? Beim zweiten Step haben wir die Agentur. Bei der Agentur machst du in der Regel 20 bis 100k im Monat. Ich weiß, was du denkst. Marion, es gibt auch Agenturen, die 200k machen. 300k, 400k, 500k. Eine Million im Monat. Und jetzt gibt es und ich rate dir auf jeden Fall davon ab, auf diese Höhe zu gehen. Warum erkläre ich gleich. Hier bei der Agentur ist der Engpass das Fulfillment. Was passiert hier? Du bekommst als Experte, wenn du gut bist, irgendwann so viel Nachfrage, dass du anfangen musst, abzulehnen. Und du hast immer ein schlechtes Gewissen beim Ablehnen. Spätestens, wenn die Projekte, die du ablehnst, richtig geile Projekte sind, aber du einfach nicht mehr arbeiten kannst. Das ist das Problem. Die Lösung ist, in erster Instanz würde ich mir, das heißt, ich habe das jetzt aufgebaut, würde ich mir Zeitzeug kaufen. Das würde ich vielleicht schon hier machen. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt versucht zu kategorisieren, die Übergänge sind fließend. Ich würde all meine Tasks, ich würde auf meinen Kalender schauen, die Sachen in meinem Kalender kategorisieren in Low Complexity, Medium Complexity, High Complexity. Ich würde alle Low Complexity Dinge auslagern. Das kann ein persönlicher Assistent sein, das kann eine VA sein. Und mit dieser Zeit, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir es zum Beispiel schaffen, bei Kunden in der Regel in zwei bis vier Wochen, zehn bis zwanzig Stunden aus dem Kalender wieder freizuräumen. Einige Kunden sagen, geil, ich habe mehr Freizeit. Andere Kunden sagen, cool, mit dieser Zeit, die nutze ich, um am Unternehmen zu arbeiten. Das wäre der zweite Step, den ich dann machen würde. Ich würde am Unternehmen arbeiten. Ich würde mein Angebot produktivieren. Das heißt, statt meinen Stundensatz zu verkaufen, würde ich, das habe ich mit dem UX genauso gemacht, statt UX oder Conversion Rate Optimierung pro Stunde zu verkaufen, habe ich gesagt, du bekommst, lieber Kunde, du bekommst, fünf AB-Tests zu zehn bis 15K. Warum? Ich habe hier Beweise, dass diese fünf AB-Tests in der Regel zehn Prozent Conversion Rate Optimierung, Conversion Rate Steigerung bringen in deinem Checkout. Das auf ein Jahr gesehen, wenn du ein Online-Shop bist, der mindestens eine Million macht, auf ein Jahr gesehen, sind 100.000 Euro mehr Umsatz auf das Jahr gesehen, die du für 10.000 Euro kaufst. Das heißt, ich würde das Angebot produktivieren und wenn du ein Angebot produktiviert hast, hast du ja eine gleiche Sache, die du immer wieder verkaufst. Und für die gleiche Sache lohnt es sich dann, Prozesse und Systeme zu bauen. Warum hat es sich hier oben nicht gelohnt? Weil in der Regel hast du eine Spezialisierung, aber jeder Kunde ist ein bisschen anders. Das heißt, du baust einen Prozess, da kommt der nächste Kunde und der Prozess ist obsolet, weil der nächste Kunde doch etwas anders ist. Das heißt, so würde ich das machen. Dann würde ich die Prozesse und die Systeme bauen. Das heißt, ich habe die Low Complexity Dinge abgegeben. Mit der Zeit, die ich am Unternehmen habe, habe ich mein Angebot produktiviert, die Prozesse und Systeme gebaut, bauen und dann hire ich jemanden, der Low- und Medium Complexity Dinge macht. Was heißt das genau? Ich nehme wieder das Beispiel Conversion Optimierung, weil ich das genau gemacht habe. Bei der Conversion Optimierung würde ich merken, wenn ich mit einem Kunden anfange zu arbeiten, mache ich erstmal ein Konzept, wo wir am besten ansetzen. Schaue über die Website des Kunden und dann in der Umsetzung des Konzepts. Das hatte ich genau so gemacht. Habe ich Mockups gemacht. Das ist auch Medium to High Complexity. Und dann Medium to Low Complexity diese Mockups umsetzen in dem jeweiligen AB-Testing-Tool. Das heißt, das war jemand, der Full-Stack unterwegs war, Front und Back-End, Medium Complexity und habe dem das dann gegeben, dass er diese Dinge umsetzt. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Supply Chain habe und du sagst, das passiert da, das passiert da, das passiert da, das passiert da. Und du jetzt plötzlich filterst, welche Dinge von denen sind wirklich High Complexity und welche Dinge sind Low Complexity. Dann fängst du an, alle Low Complexity und Medium Complexity abzugeben. In der Regel bleiben die High Complexity Dinge bei dir. Das ist Vertrieb, das ist Strategie, Konzepte bei Kunden vor Ort. Das sind die Dinge, die bei dir bleiben sollten. Hier sind die Vorausforderungen. Die Freelance, denke ich, steht hier einem häufig im Weg. Diese Dinge, am Unternehmen arbeiten, Zeit zurückkaufen, das sind Skills, die man in der Regel nicht hat, wenn man aus dieser Expertise oben kommt. Oben bist du sehr gut im Coding, im UX-Design, in diesen Dingen. Aber du bist nicht gut in Leute einstellen, Interviews führen, Leute einarbeiten, Prozesse und Systeme bauen. Je nachdem, was deine Profession ist als Freelancer, bist du bei einigen näher dran, bei anderen weiter weg. Aber das sind die Probleme. Und ich habe hier jahrelang auf Granit gebissen, weil ich versucht habe, unternehmerische Probleme aus einer Freelancer-Denke heraus zu lösen. Und das hat sehr, sehr schlecht geklappt. Das heißt, das kann dir hier im Weg stehen. Dann ist es hier schwierig, wenn du wächst, besonders wenn du jetzt bei 80, 90, 100k bist, die Kundenergebnisse beizubehalten im Wachstum. Warum? Du wirst dazu verleitet sein, Kunden deinen juniorigeren Mitarbeitenden abzugeben. Und diese Ergebnisse, diese Kundenergebnisse werden darunter leiden. Weil in der Phase, in der du so viel Anfrage bekommst, bekommt jeder Kunde die Chefarztbehandlung von dir. Um 80, 90, 100k im Monat zu machen, kannst du es gar nicht mehr schaffen, dass jeder Kunde die Chefarztbehandlung bekommt. Und die Chance ist hoch, dass die Kundenergebnisse im Wachstum darunter leiden. Und die Herausforderung ist, dich nicht zu verführen lassen von der Skalierungslüge. Warum? Law of Diminishing Returns, das Gesetz des niedrig werdenderen Ertrags. Ich habe mit so vielen Agenturenhabern gesprochen. Ich habe mit denen zu Abend gegessen, auf Events getroffen, auf Messen und ich kann das selber bezeugen. Ab 150, spätestens 200.000 Monatsumsatz als Agentur. Was fängt da an? Du brauchst für so eine Maschinerie, brauchst du mehr als 10 Mitarbeitende. In der Regel 15, vielleicht 20, wenn du 250, 300k machst, Mitarbeitende als Agentur. Was passiert da? Die operative Komplexität steigt plötzlich exponentiell, weil du sehr viele Moving Parts hast. Was meine ich damit? Plötzlich Mitarbeiter-Themen. Du brauchst eine HR. Du brauchst Team-Leads. Wo findest du diese Team-Leads? Die Team-Leads müssen erfahren genug sein, ihre eigenen Teams zu führen. Die Teams untereinander müssen sich verstehen, es darf nicht Ungleichheit aufkommen. Es wird über Gehälter getuschelt und geredet. Das heißt, plötzlich hast du nicht nur eine Baustelle auf Kundenseite, sondern auch intern. Und du kämpfst an zwei Fronten. Und das kann sehr, sehr, sehr kräftezehrend sein. Das heißt, was passiert dann hier? Die Leute sagen dann, ja, ich mache 250k und das fühlt sich jeder Tag wie Krieg an. Aber wir sind ja noch profitabel. Um dann zu schauen, shit, so profitabel sind wir gar nicht. Wir haben so viele Kosten. Das heißt, der Profit geht in der Regel zurück, obwohl die Umsätze hochgehen. Und die Kundenergebnisse gehen runter. Und du hast so viel Chaos und Mitarbeiter-Chaos und Mitarbeiter-Themen hinten nochmal anders. Das nimmst du mit, weil deine Mitarbeitenden sind dir nicht egal. Und in der Regel, wenn du hier so wächst, ist das dein erstes Rodeo. Und du wirst, wenn du auch nicht gute Guidants hast, die dir dabei hilft, viele Fehler zu vermeiden, wirst du sehr viele Fehler machen. Und hundertprozentig Fehler vermeiden wird keiner machen können. Es geht darum, viele Fehler zu vermeiden. Aber alle, du wirst auf jeden Fall Fehler machen. Das ist Leergeld, wird das sein. Denn es ist nicht, dass du die falsche Person einstellst. Du stellst die falsche Person ein. Das Team ist demotiviert. Du musst die Person wieder entlassen. Alles wird auf links drehen. Das Team ist maximal demotiviert, Monate oder lang. Das sind Fehler, die mehrere hunderttausend kosten können. Und das passiert hier. Das ist eine Herausforderung. Besonders hier, wenn du dich verführen lässt von Marktschreiern da draußen, die dir sagen, du musst deine Agentur auf 250k im Monat zum Wachstum machen, auf 500k. Bin der, ne? Das ist ein geiler Ego-Bust. Geil, eine Viertelmillion im Monat. 500k im Monat. Du denkst, du wärst Gott. Geil. Lass uns zwei Jahre sprechen. Lass uns in einem Jahr sprechen. Wie viele kennst du da draußen, die das langfristig machen mit guten Kundenergebnissen und einer guten Culture und keine Arschlöcher sind? Ich kenne keine. Ich kenne das nicht. Und das ist etwas, was, finde ich, immer ein bisschen zu wenig gesagt wird. Was sind die Vorteile? Und das ist der Sweet Spot. Wirklich, wenn du wirklich auf Agency Bock hast, würde ich sagen, der Sweet Spot 100k im Monat. Das ist der Sweet Spot. Ich kenne Agencies. Wir haben Kunden, die damit 50% Profit machen. Geil. 50k Kosten, 50k Profit, über eine halbe Million Gewinn vor Steuern am Ende des Jahres. Das ist nice. Wenn du dann noch deinen Job gerne machst, geil. Weil was hier passiert, du verdienst Geld, wenn du im Urlaub bist. Es hängt nicht mehr nur alles von dir ab. Vieles hängt von dir ab. Aber die Räder drehen sich noch weiter, auch wenn du nicht im Unternehmen bist. Und wenn du hier den Sweet Spot findest, habe ich gerade schon vorweggenommen, kannst du 250k bis 500k EBITDA können übrig bleiben. Und jetzt stell dir mal vor, das machst du 3 bis 5 Jahre in Folge. Hast ein Holding drüber. Packst dir immer das Geld in die Holding. Hast einen 7-stelligen Betrag in der Holding, den du bei einer ETF zu 7, 8% anlegst. Du machst passiv 70.000 bis 80.000 im Jahr. So, das heißt, du könntest eigentlich passiv schon davon leben. Und ich gehe mal von anderen Investments mit Immobilien und so, das lasse ich mir einfach außen vor. Aber das ist halt krass, weil das gibt auf einmal Perspektive. So, und das zeigt den Leuten krass, das könnte mein Ausweg zur finanziellen Freiheit sein. Die Nachteile, du drehst ein größeres Rad, hast also mehr Verantwortung, ist einfach so, Punkt. Das kann dir keiner nehmen. Und Leadership und Management müssen beherrscht werden. Man schließt von seiner Fachexpertise auf seine Leadership-Expertise und das kann fatal sein. Nur weil du ein Nerd bist in Coding, in UX-Design, in anderen Dingen und Leute, die da zuhören. Und du Autorität und Respekt genießt. Und da vielleicht eine 8 von 10 bist oder eine 9 von 10. In Leadership und Management bist du in der Regel eine 1 bis 2 von 10. Und das kann fatal sein. Und I get it, ne? Vielleicht siehst du das und hast vielleicht 2, 3 Mitarbeitende und sagst, Mauro, meine Mitarbeitende sind total toll und so. Und ich muss schmunzeln so, weil ich muss immer schmunzeln, wenn ich so Leute sehe, die gerade ihr Team von 4 Mitarbeitenden haben und die posten auf LinkedIn und sagen, das ist wichtig bei Leadership, bei unserer Culture funktioniert das. Wir sind remote, wir sind überall verteilt und du musst das nur wollen. Und wir denken das komplett neu, deswegen klappt das bei uns. Und die haben gerade ihren 4. Mitarbeiter eingestellt und die machen das seit 3 Monaten. Und ich muss immer schmunzeln und rollen mit den Augen. Aber dann wieder grinse ich, weil ich denke, der Typ war ich. Ich könnte jetzt bei mir nachschauen, 2021. Wie ich damit geprahlt habe, 2022. Wir sind ein kleines Team, wir sind remote. Bei uns funktioniert alles super. Let's talk in 1, 2 Jahren. Du wirst, sorry für meine Ausdrucksweise, du wirst so viel Scheiße fressen und gefressen haben. So, und darum geht es. Wie lange kannst du deinen Appetit behalten, obwohl du nur Scheiße fressst? Und das ist halt eine Sache, das sind die Nachteile. Die Dinge musst du beherrschen und du musst da Bock drauf haben. Und eine Gründerpersönlichkeit ist nicht immer eine Managerpersönlichkeit. Im Gegenteil, das sind manchmal konträre Dinge. Der Gründer hat Ideen, hat Visionen, will die Dinge nach vorne bringen, hat aber keinen Bock auf One-on-ones mitarbeiten, hat keinen Bock auf Prozesse und Systeme, hat keinen Bock konstant nachzuprüfen und kontrollieren, um dabei keinen Ticken Motivation zu verlieren. Da hilft dir das, wenn du einen Businesspartner hast oder eine Businesspartnerin, die das mit dir ausgleicht. Das heißt, was ich hier machen würde, nochmal wiedergegeben, das bin ich durchgegangen, ich würde das bei 100k halten, würde eine Produktivitätsdienstleistung machen, bei 100k halten und gucken, dass die Kundenergebnisse gut bleiben und auf jeden Fall nicht dieser Lüge glauben, dass ich so wachsen muss und wirklich mit reingehen, besonders bei den wichtigen Kunden, bei den Kunden, die viel Geld bei mir lassen, wirklich mit reingehen und die Kundenergebnisse aufrechterhalten. Heißt das, dass das hier das Ende der Fahnschlange ist? Auf keinen Fall. Denn jetzt kommt der sehr spannende dritte Step. Und das ist die Beratung der Ausbilder. Wichtig. Das heißt nicht, dass du ein Coaching machen musst oder eine Beratungsbude werden sollst. Das sehr Spannende, was hier passiert, ist die Kombination von beiden. Das heißt, du bist eine Agentur, die aber hinten dran eine Beratung oder vorne dran eine Beratung vorgeschalten hat. Die Engpässe, die du hast hier in diesem Agency-Business, ist die Profitabilität. Weil hier wirst du doch einfach, ich bin nicht profitabel genug und ich habe keinen Bock, das einfach zu skalieren, weil ich weiß, dass die Profitabilität da nicht mit wächst, sondern das Chaos, wie ich es gerade erklärt habe. Und hier bei der Agentur mit steigenden Ad-Preisen ist der Cost per Acquisition höher als der Customer Lifetime Value. Was meine ich damit? Wenn du sagst, der durchschnittliche Kunde bei mir lässt 10.000 Euro bei mir und du bei den jetzigen Preisen, wenn du kein Ad hast, bis 3, 4, 5K zahlst für einen Neukunden, und dann hast du noch Fulfillment Kosten, dann verdienst du nicht so viel an deinen Neukunden. Das heißt, du musst den Customer Lifetime Value erhöhen, damit sich das lohnt. Und das schaffen wir in diesem dritten Step. Die Lösung. Du hast 3 bis 5 namhafte Agenturkunden als Proof, die du hier oben, die ich, sorry, ich spreche immer von du. Also ich würde die 3 bis 5 namhafte Agenturkunden als Proof nehmen. Beispiel, bei meinem UX-Case wäre es, ich habe für diesen großen Online-Shop, für den und den haben wir Conversion-Rate-Optimierung gemacht und das sind die Ergebnisse. Und da haben wir richtig krasse Ergebnisse. Und wir haben Prozesse dafür gebaut, wir haben das alles für den Kunden gemacht. Dann würde ich sagen, lieber Kunde, willst du, dass wir das für dich machen? Ja, will ich gerne machen. Dann würde ich sagen, okay, cool, wir machen das. Du bist ein normaler Agenturkunde von mir. Das Spannende, was dann passiert, ich würde zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, du kannst auch nach 12 Monaten oder nach 3 Monaten, würde ich sagen, nach 6 Monaten Agenturdienstleistung gehe ich in eine Done-With-You-Dienstleistung. Dann klickt das um. Warum? Ich würde dem Kunden sagen, wir setzen für dich das A-B-Testing auf, wir machen das selber für dich, wir gucken, dass die Ergebnisse stimmen, wir setzen die Prozesse in den Zug auf und und und. Aber lieber Kunde, wir bringen dich also von 0 auf 1. Das steht bisher nichts, wir bringen dich von 0 auf 1. Und dann, lieber Kunde, wollen wir nicht, dass du abhängig bist von uns als Agentur. Du solltest dein Wissen in-house um. Und der Kunde denkt, ja, stimmt. Dann trainieren wir deine Mitarbeitenden, lieber Kunde, und helfen ihnen auf dieser Flughöhe, auf dieser Cruise Control, gehe ich als Pilot weg und trainiere deinen Mitarbeitenden und lasse ihn als Cockpit. Und der Kunde denkt sich, wow, cool, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Was passiert hier? Die Vorteile. Ich sage dem Kunden, deine Mitarbeiter werden trainiert, die sind motivierter. Nach 6 bis 12 Monaten habe ich aus diesen Mitarbeitern aus einer juniorigen Person eine seniorige Person gemacht. Du zahlst ihm immer noch ein junioriges Gehalt und ihr seid nicht abhängig von uns. Und der Kunde denkt sich, wow, krass. Das haben wir mit einigen Kunden gemacht, deswegen spreche ich so darüber. Und das würde ich jetzt genauso heute machen, wenn ich von 0 starten würde. Ich würde erst mal UX und Conversion Rate Optimierung one on one machen. Dann würde ich das als Agentur machen, als done for you. Dann würde ich dahin switchen nach den namhaften Kunden. Würde ich dann dahin switchen. Die Herausforderungen sind hier, wie ist dein Offer aufgebaut? Was ist da inkludiert? Was ist da nicht inkludiert? Weil auf einmal ist die Bringschuld nicht mehr bei dir, sondern auf Kundenseite. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du die Leute an Bord bekommen musst. Es können Dinge bestehen, wie dass die Mitarbeitenden des Kunden nicht mitmachen, weil sie sich deiner Autorität nicht unterordnen möchten. Warum? Die haben ihre Vorgesetzten, die in der Regel Ansprechpartner von dir sind und die wollen nicht, dass die Vorgesetzten das Gefühl haben, dass du denen die ganzen Fehler aufzeigst und zeigst, was sie alles falsch machen. Ganz viel Interessenkonflikt, was da bestehen kann, wenn man es nicht richtig macht. Das heißt, das Offering ist hier wichtig, das Pricing ist hier wichtig und das Timing. Wann platzierst du so einen Offer auf Kundenseite? Es ist wichtig, das kann auf Marketing-Ebene gut sein, das kann aber auch auf Marketing-Ebene erst gar nicht erwähnt werden, weil der Kunde denkt, wer ein weiterer, der das nur mir zeigt und wo du es auch machst. Das sind ganz viele kleine Details, die hier wichtig werden, wie du das machst und das ist halt immer Case-abhängig. Deswegen kann ich jetzt keine One-Side-Fits-All dafür geben, das ist immer Case-abhängig. Die Vorteile hiervon sind, es ist ein sehr elegantes Modell, gerade jetzt, wenn das ganze Agentur-Blaming kursiert. Wenn du dir die Ad-Landschaft anschaust, jetzt alle sind gegen Agenturen. Ja, Agenturen liefern nicht, mach dich nicht abhängig, ohne dein Wissen in-house, die Kunden wollen Dinge in-house own. Und du hast ohne Skalierungschaos, kannst du Margen von eine Million per annum erreichen. Wir sind eine Beratung, deswegen haben wir eine knappe Million Gewinn vor Steuern erwirtschaftet. Mit einer durchgehenden Agenturdienstleistung, boah, musst du entweder 80, 90 Stunden schieben und es ist nicht etwas, was sustainable ist. Die Nachteile hiervon sind, du brauchst Vorzeigecases, um Trust als Ausbilder oder Berater zu bekommen. Was du nicht möchtest, dass du einer weiterer von den Hunderten gerade da draußen bist, der sagt, ich zeige dir, wie das geht, und du sagst, hast du das selber gemacht? Wir waren letztens auf einem Kunden-Event von uns und dann sagten die Kunden, wir haben uns gerade darüber unterhalten, warum wir bei dir gekauft haben, Maroan. weil wir gesehen haben, dass du das selber alles gemacht hast. Wenn ich jetzt mal diese Cases zeige, das war damals der Relaunch meiner Website, Maro Media, UX UI Design, weil wir gesehen haben, dass du das gemacht hast, du kommst aus der Praxis und du willst nicht einer sein, Elephant in the room, sag, warte mal, der bildet mein Team aus, hatte das je selber mal gemacht, das wird immer mitschwingen und deswegen ist das dieser Weg dahin, der richtige Weg. Und du hast bedingt Kontrolle über die Kundenergebnisse, wenn du die Beratungsdienstleistung switchst. Bei einer Agentur, wenn du was verkaufst und sagst, du bekommst folgende Website, du machst die Website, du kannst es kontrollieren, dass du die Website bekommst. Bei einer Beratungsdienstleistung ist es wie ein Personal Training. Nur weil ich zum Personal Trainer ja gesagt habe, heißt das nicht, dass ich jetzt ein Sixpack bekomme und Muskeln aufbaue. Ich muss die Dinge umsetzen. Der Mitarbeitende des Kunden oder der Kunde selbst muss die Dinge umsetzen. Aber, diese Step, da kannst du auch 200k machen. Warum? Wenn du switchst in eine Done With You Dienstleistung, dann ist dein, ich nehme mal jetzt Aufwand 100 pro Kunden, dann sinkt dein Aufwand pro Kunde vielleicht auf, 30. Dein Retainer sinkt aber nicht von 100 auf 30, sondern von 100 auf 60 oder 70. Und dieses kleine Gap oder große Gap sorgt für diese Profite und den sehr hohen, wahrgenommenen Mehrwert. Ich hoffe, das ergibt Sinn und du kannst mir folgen. Das haben wir mit Kunden gemacht. Zum Beispiel, wir hatten eine Kundin, die hat gesagt, sie hat SEO gemacht, sie hat Content Writerin war sie, dann hat sie SEO für Tech-Unternehmen gemacht, dann hat sie gemerkt, dass sie auf LinkedIn ziemlich gut durchstartet, hat LinkedIn Content, es hat sich dann geswitcht und dann hat sie LinkedIn für Leute gemacht und hat sie gesagt, warte mal, ich kann auch eine Storytelling Academy auf LinkedIn machen und macht jetzt LinkedIn für Leute, hat aber auch ihre Academy hintergeschalten. Die Leute, die ihr ein Premium zahlen und sich sie leisten können, machen mit ihr LinkedIn und die Leute, die das nicht können, gehen in ihre Academy. Aber dann gibt es auch Unternehmerkunden, die sagen, kann ich diese Academy für meine Mitarbeitenden kaufen und deswegen, Offering, Pricing, Timing, du merkst gerade, wie das switchen kann. Das heißt, ich würde dann sagen, hey lieber Kunde, ich trainiere deine Mitarbeiter auf unsere UX-Prozesse, auf unsere Conversion-Rate-Optimierung, so dass dein internes Team das in 6 bis 12 Monaten komplett selber ausführen kann und wir sind nur noch beratend tätig. Wir sind als Co-Piloten an der Seite, wenn die uns brauchen, aber diesen am Steuerbord. Das sind die 3 Steps. Was ist die Conclusion daraus? Es mag ein bisschen komisch klingen, die Conclusion ist, know yourself. Erkenne dich. Warum? Kaufe nicht die Ziele und die Träume anderer. Wenn du irgendwo liest, 250 K im Monat, 500 K im Monat, ich weiß, besonders wenn du ein Typ bist und competitive bist, kann er sagen, ja, ja, ich will, ich will, ich will. Er kenne dich selbst. Frage dich, was will ich? Hinterfrage, warum will ich das? Die Leute, die sehr gut darin sind, zu leiden, sind Leute, also, die so einen Perfektionismus an den Tag legen, die Overachiever sind, die alles machen wollen. Das kommt aus, in der Regel, ich bin kein Psychologe, ich habe sehr viel recherchiert, sehr viel mit Coaches gesprochen, und sehr viel in der Arbeit gemacht in letzter Zeit und das kommt in der Regel aus einem tief verankerten Glaubenssatz, der aus der Kindheit rührt, der da sagt, ich bin nicht genug und du versuchst, diesen Glaubenssatz konstant zu füttern, mit dem nächsten Hai, mit dem nächsten Ziel, so dass alle applaudieren und ich sage dir, es kann dir egal sein, ob die anderen applaudieren, hab ein Unternehmen, was dir dient, worauf du Bock hast, wo du wirklich einen Impact hast und so viele erzählen sich irgendeine Impact-Lüge da draußen und sagen, ja, ich will Impact haben, wir wollen krasse Ergebnisse und dann sehe ich, was die verkaufen und dann denkt mir, sorry, aber ich kaufe euch das nicht ab, das ist doch absoluter Mist, was jeder macht und ihr wisst, dass es Mist ist. Und diese Stimme, die ich jetzt gerade erzähle, bekommt keine Aufmerksamkeit auf Social Media, denn auf Social Media werden nur Extreme belohnt und was meine ich mit Extrem? Das eine Extrem ist, jemand, der achtstellig, der sagt, du musst achtstellig sein, Gewinne pur, Autos, Uhren und wenn du kein Geld hast, bist du ein Niemann, dann bist du ein Brokey und Geld ist das einzige Mittel, das ist ein Extrem und applaudieren eigentlich und sagen, stimmt, stimmt, stimmt und das andere Extrem ist, Geld ist schlecht, gib alles ab, finde dein Chakra und tanze auf Bali deine Probleme weg, auch ein Extrem, da applaudiert wieder die andere Gruppe, und ich habe nichts gegen diese beiden Dinge, don't get me wrong, ich habe da nichts gegen, wenn diese Dinge von dir auskommen, wenn das deinem Purpose, deinem Impact entspringt und meine, und das ist meine Erkenntnis dazu, meine Two Cents dazu ist, erst wenn du wirklich weißt, was du willst, setzt du dein Potenzial frei und bist gewillt, diese Dinge auf dich zu nehmen, weil Step 2, Step 3, auch Step 1, du wirst es aufs Maul bekommen und wenn du aufs Maul bekommst, weil du indirekt die Ziele anderer verfolgst, wirst du ausbrennen, du wirst es nur ertragen, weil es deine Vision ist, weil es dein Purpose ist, weil es deine Sache ist, die du machen willst, denn anschrengend wird es immer, jeder Weg wird anschrengend, entweder du grübelst, ob da nicht mehr hätte sein können, wenn du aufhörst, oder du grübelst, ob es die ganzen Opfer, die du gerade bringst, schlaflose Nächte, Wochenende arbeiten, ob es das wert ist oder war, grübeln wirst du sowieso, Punkt. Und ich denke mir, dann lieber grübeln und herausfordern für einen Weg, hinter dem du stehen kannst. Das heißt, kenne dich selbst, das heißt nicht, dass du hier alles bis zum Ende durchspielen musst, definiere das. Wenn jemand sagt, Step 1 ist für mich total cool, geil. Wenn jemand sagt, ich weiß, da hast mehr, ich will einen Impact haben, ich habe Bock drauf, cool. Wenn du sagst, ich will da noch weiter, ich habe da wirklich Bock, was Größeres aufzubauen, cool, dann geh bis Step 3. Aber lass dir von anderen nichts erzählen, das muss dein Ziel sein. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, ein bisschen Klarheit zu haben, diese Steps haben dir geholfen, Parallele zu erkennen, zu sehen, zu wissen, wo du lang gehst oder nicht. Mein Name ist Mario von der Final Fantasy. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, lass ein Abo da, kommentiere gerne mal in die Kommentare, wenn du Fragen haben solltest. Ich werde alle Kommentare beantworten zu diesem Video. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.